Verena Aschauer, fünf Monate waren es circa, seitdem du das letzte Mal im Nationaldeam warst. Wie schön ist es, jetzt wieder dabei zu sein? Ja, es ist natürlich wunderschön, einfach alle wiederzusehen. Das bedeutet mir schon so viel und gibt mir auch unheimlich viel Kraft. Ich hoffe, die Trainingswoche wird jetzt auch noch so super und dann kann es wieder losgehen. Ja!